Vor kurzem erst hätte die diesjährige GNTM-Siegerin Vivian Blotzki nicht glücklicher sein können. Immerhin konnte sie sich im großen Finale von Germany's Next Topmodel gegen die anderen vier Finalistinnen durchsetzen. Doch nun sah sich Vivian mit heftigen Anfeindungen konfrontiert. Am Wochenende zeigte sich die 22-Jährige mit einem bauchfreien Outfit auf einem Festival und postete einige Schnappschüsse auf Instagram. Einige störten sich jedoch an ihrem Outfit und es folgte eine Welle von Hasskommentaren und Bodyshaming. Sorry, aber das Outfit tut nichts für dich, schrecklich, der viele Speck, so nur einer der vielen Hasskommentare. Doch nun reagiert Vivian mit einem starken Post auf die Kommentare und wehrt sich gegen die Hater. Ich bin sauer. Ich bin nicht sauer, weil ich das lesen muss. Denn ich bin mir meiner selbst sehr bewusst, sodass so etwas an mir abprallt. Aber ich bin sauer, dass solche Kommentare dafür verantwortlich sind, dass junge Menschen da draußen sich nicht trauen zu tun, wonach ihnen der Sinn steht, erklärt Vivian in ihrem Beitrag. Außerdem stellt sie klar, dass sie einige UserInnen, die ihr solche Kommentare geschrieben haben, angezeigt hat.